Dating Horoskop. Vier Sternzeichen bemerken nicht, man mit ihnen flirtet. Wie wir eine Person signalisieren, dass wir sie attraktiv finden, ist ganz unterschiedlich. Die einen versuchen es mit vorsichtigem Blickkontakt, scheinbar zufälligen Berührungen oder subtilen Komplimenten. Andere fallen direkt mit der Tür ins Haus und machen ihre Absichten klar. Aber egal. Wie deutlich jemand kommuniziert, einige Menschen scheinen beim besten Willen nicht erkennen zu wollen, dass es sich um einen Flirtversuch handelt. So entstehen häufig Missverständnisse. Und diese Ahnungslosigkeit führt bei den betroffenen Menschen auch zu verpassten Chancen, vielleicht wäre ja ihre große Liebe dabei gewesen? Welche Sternzeichen typischerweise einen Flirtversuch einfach mit Höflichkeit verwechseln, erfahren Sie im Video. Diese Video erschien bereits bei Brigitte D.